Wir sind von Weißenbach, das ist das Tourismusverband Haus F. Wissenberg. Wir sind von Weißenbach, das sind von Weißenbach. Wir sind von Weißenbach, dass wir jetzt schon sechs Jahre zusammenkommen, und wir sind von Weißenbach und von Weißenbach. Nachhaltigke Für mich ist Haus-Eich-Geld zu werden das schönste, was ich habe gemacht habe. So ein Haus ist für mich ganz was Besonderes, es wird nicht mehr für Skibaden, auch fürs Wandergehen. Die Leute sind sehr freundlich und sehr angenehm. Mit der Region Haushalt-Güssenbrich bin ich in Verbindung mit Besche Waden, Handbeim, familiär, Dorfcharakter und natürlich das schönste Urlaubsort in der Region, Schlapp-Mitarre. Und oben habe ich meinen Steiracken, weil es einfach das schönste Urlaubsland ist. Ein, wie siehst du denn, ob sie ab und auch loht, aber ich bin nicht schon.